So, los geht's. Wie weit ist es denn weg? Alter Holz. Wie geht's dir eigentlich? Oh, der sieht ja gut aus. Der ist topfit. Ja, der ist ein paar Schrittchen. Aber es soll uns egal sein, wir müssen ihn retten. Egal was Seiler sagt. Warum haben wir davon eigentlich nichts mehr? Und dann müssen wir mal gucken, was wir brauchen für Darstil... Oh ja, wieder Udams. Erstmal wieder ein Rohblatt mitnehmen. Seltene Pflanzenwurzel. Yeah. Pass mal auf. Pass mal auf. Hier ist doch wieder ein Venya-Ereignis. Ah, die Klappe. Die Klappe. Ah ja, Venya-Ereignis. Ach, die Klappe. Hallo. Einfach, 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 nur einfach. So, bitteschön. Das sieht doch immer gleich aus, ne? Wenn euch das mal aufgefallen ist. Ja, Schobrastal, Taka, Freude, Sieh, alles gut. So. Was haben wir denn hier für eine Opfergabe, hier? Boah, der blutet aber stark. Gut. Ein hier scheuten. Ich brauche Fleisch. Oh, hier liegt noch ein Udams. Na, der wird durchsucht. Nimm ein paar Rückenhaare. Oh, ein paar Rückenhaare mit. Ah, die Klappe. Ah, die Klappe. Was, noch mehr? Ach, Luke, wir machen das schon super, ne? Ja, ich jage dich. Ich jage dich. Und Tschüss. Ich bin mal gespannt, ob wir auf einen Braunbären treffen. Oh, den zu zähmen wird bestimmt nicht leicht. Wir gehen da lang. Wir gehen mal da lang. So ein Braunbären zähmen, so ein Säbelzahntiger zähmen. Boah, das wollen wir auf jeden Fall heute irgendwie hinkriegen, wenn wir uns über den Weg laufen. Haben wir davon eigentlich genug? Ja. Au, 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 au. Ja. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Wir zehren einen Bären. Einen Bären. Wir haben einen Braunbär gezähmt. Alter Schwede. Alter, ein Bär. Hier. Alter. Und es gehört ein Bär. Hi. Komm, guck mal, können wir die streicheln? Ja. Oh, du bist so ganz feiner. Dich nenne ich Bruno. Da muss doch nicht mal jemand Fleisch dabei haben. So. Wir wollten ja weiterlaufen. Ah, wir haben einen Bären. Ich muss mal eben was nachschauen. Ja, kann ich wohl nicht im Wasser. So. 4, 3, 2. Dachs ist noch nicht zähmbar. Ein Höhnenbären. Stärke 5. Guck mal hier. Schneeblutwolf. Blutfang, Säbelzahn, Großart, Narbenbeer. Ach, das sind diese, diese... Du musst die Best... Weißt ja, Blutfangsäbelzahn abschließen, um diese Bässe zu zähmen. Ja, wir müssen das hier auf jeden Fall noch machen. Oh, wir haben so viele schon gezähmt. Das ist... Ich bin stolz. So, hier ist wieder ein Venya-Ereignis. Und wir haben Bruno. Das Venya-Ereignis hat sich in Luft aufgelöst. Ah, komme ich nicht dran. Das warten wieder mal. Oh, da haben sie auf mich. So einfach geht das. Das ist eine Pflanzenwurzel. Geil. Jetzt können wir den ja noch stärkeren Löwen ja uns besorgen. Und zwar den Höhlenlöwen, aber dafür brauche ich erst noch mal ein paar Fähigkeitenpunkte. So, da oben ist es aber hoch. Ja, witzig, witzig. Okay. Wir sind... Warum folge ich einfach dem Weg, hä? Warum? Ja, komm, Bruno. Haben wir die Tasche voll davon? Ja, Tasche ist bereits voll. Auch schon wieder ein paar. Ruhe. Ruhe. Die sind doch nicht mehr gefährlich. Die Isila sind gefährlich, ja? Und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Ecke schwieriger, die zu sch... Wer gegen wer? Ich muss den kaputt machen. Ich brauche da Fleisch. Bleib doch mal stehen, Junge. Ja, tut mir leid, aber muss sein. Ich brauche acht Fleisch. Wow. Das war eine Menge. So, dem Weg folgen. Hoffentlich kommen wir noch nicht zu spät. Dum, 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 dum. Den Weg folgen. Wenn der sich gabelt, müssten wir jetzt eigentlich da langen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Haben wir schon gezähmt. Also können wir ihn auch ganz brav holen. So. Jaguarfeld kann man immer gebrauchen. Warte, warte, warte. Oh. So, sind gleich da. Warum ich jetzt hier wieder stehen bleibe, weiß ich nicht. Das liegt an meiner Taster. Irgendeine Rennung zieht hinterher. Und dreht wieder um. Ja, ja, wo noch? Aber direkt beim ersten Mal geklappt. Das dachte ich schon, ich sehe eine deutsche Hand hier. Ist das ein feiges Vieh? Da oben ist es. Dann sind wir gleich da. Hoffentlich hat es leider keinen Scheiß gebaut. Wenn ja willkommen. Wenn ja willkommen. Dann sind wir gleich da. Oh, oh. Echt? Wie denn? Echt? Wie denn? Okay. Luft holen. Wir müssen das Wasser aufhalten. Es ist ein Dusting hier. Ich habe eine Idee. Oh, hier ist mir ein Wolf. Wie soll ich das machen? Okay, ich glaube, ich werde das erste Mal scheitern. Gescheitert, da ist tot, ja toll. Oh, wie ich das machen soll? Das ist jetzt nicht so einfach. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Das war, glaube ich, ein Weißfisch. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Okay, okay, okay. Okay, das wird knapp, das wird knapp. Er hat's überlebt. Scheiße, wie kann ich dich irgendwie hauen? Okay. Komm mal, Junge. Das ist jetzt Seiler überhaupt nicht gefallen. Werden sich die Venice jetzt gegen uns wenden? Das ist nicht so leise. Obwohl es hier gibt. Das ist nicht so leise. 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 Nein. Sieht aus wie ein Affe. Davon mal ab. So, das hätten wir geschafft. Wir haben ihn gerettet. So. Ich glaube, wir können jetzt nach Hause. Ja, sprich mit da. Ja, rede mit da. Also, gehen wir mal ganz schnell nach Hause. Und reden mit ihm. Wenn ich ihn mal finden würde. Fortschritt. Das Feuer des Krieges entfacht. Reise beendet. Chaosgeschichte. Wir müssen in die, ja. Machen wir da hupf, du hupf die, hupf die Party. So, mein Freund. Auch noch Ansprüche stellen. Auch noch Ansprüche stellen. Da ist Hütte. Ja, gut. Dann kriegst dein Hütchen. Das war leider durch. Ach, jetzt sollen wir noch direkt da rein. Ja, gut. Bleib ganz schön. Oh, mein Gott. Du, 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 du. 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 Bist du bekloppt? Bist du bekloppt? Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Besser? Ja, gekitzelt, wa? Oh, du Vollpfosten. Ah, gut. Ich dir auch geholfen gerne haben. Ähm, boah. Ja, schön. Boah, ist mir schlecht. Boah, wo haben wir es denn? Ah. Ah, direkt da in der Nähe. Ist ja herrlich. Äh, so, wie viele Punkte haben wir denn wieder? Zwei. Das braucht drei. Okay. Doppelte Keulen. Stelle zwei Keulen statt... Oh, das ist geil. Stelle zwei Köler statt... Oh, das ist geil. Aber wir sammeln noch ein bisschen. Feuerwiderstand. Verringle den Schaden, den du dir Feuer leist. Wir gucken mal, was es hier gibt. Feuerbomben. Dann interessiert mich nicht Feuer. Drücke den Nähe eines Gegners, um einen Takedown einzuleiten. Drücke dann im Außenland, um eine Feuerbombe gegen ihn zu verwenden. Du bist nicht mehr auf Tierfett angewiesen, um deine Waffe anzuzuten. Woah. Wenn du eine Waffe im Brand setzt, brennen automatisch alle danach ausgerüsteten Waffen. Däh. Äh, aber egal. So. Ich bin gerade erst mal baff. Ich bin geschockt. Mir ist schlecht. Ähm. So. Guck mal, hier ist noch eine Deich-Ehand. Guck mal, die kann man sogar... So, machen. Warte mal, mal gucken, ob man die sehen kann. So.